herzlich willkommen leute um dieses neuen video eigentlich habe ich möchte das video gestern machen aber das video könnt ihr das letzte video könnt jetzt liken bitte und ja das schnellste also sehr das schnellste tor in serie a art milan braucht nur sieben sekunden bis zum anpfiff und raffaello leajo trifft es 1 0 nach einer minute den ersten abschluss braucht milan in den sieben sekunden eine minute nicht mal gespielt also das finde ich eine rekordsumme aber ja ich finde es nicht so ja ich finde es nicht so spannend wegen einer minute das 1 0 es ist ein das ist halt den rekords also serie a rekords und ja das hat was hat eigentlich noch nie gegeben aber ich könnte ich könnte mir nicht vorstellen dass nur art milan geschafft das in den sieben sekunden schon 1 0 wir können schon diesen text lesen serie a schnellstes tor art milan sieben sekunden der das 1 0 braucht ja es ist einfach unfassbar milan braucht nur sieben sekunden wer freut sich wer freut sich überhaupt denn nur art milan freut sich hier draußen ja milan freut sich wegen einer minute das 1 0 also das kann doch nicht sein lassen 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 aber da vergesst nicht die glocke aktivieren auf meinen youtube kanal dann seht ihr immer ein youtube video von mir ich heiße giuseppe brotato brotato's verwone und ihr könnt mir auf instagram folgen verwone 1708 und einen schönen sonntag bis und leute es kommt noch sicher noch in eine minute noch also das schnellste tor im rekord serie a es holt noch jemanden in den eines in den sieben sekunden kommt auch niemand das schnellste tor in serie a es kommt auch noch in diesen saison checkt unbedingt die link beschreibung in die serie a kanal und abonniert ihr den kanal serie a link in beschreibung serie abonnieren auf youtube link in beschreibung